Das verrückte Hühnchen! Ja, genau, das verrückte Hühnchen. Kluger Junge, komm schnell weiter. Auf Wiedersehen! Jetzt reicht's. Ab heute wird alles anders. Es war ein Kochkurs für Chaoten, ein Viergänge-Menü von Lass das sein. Viele Zutaten waren verboten, aber dennoch brach das Chaos mitten rein. Man nehme eine Tasse guter Absicht, ein Löffel Panik frisch gepresst, eine Brise von ich glaub's nicht und ganz sicher kennst du schon den Rest. Ganz knapp vorbei, ganz knapp vorbei. Mal so eben voll daneben und das Chaos nebenbei. Es sieht so aus, als würd ich mich hier verlaufen. Da hab ich wohl leider ein, zwei Schilder verpasst. Ich boh rechts, hab in Verwirrung. Geradeaus statt links hab ich mich voll blamiert. Ich hatte keine flasse Ahnung und wir wissen noch genau, wohin das führt. Ganz knapp vorbei, ganz knapp vorbei. Mal so eben voll daneben und das Chaos nebenbei. In diese Stadt, befürchte ich, gehör ich nicht, so lange nicht. Mein Eimer Fehler, der mich treibt, einmal vergessen wird. Sie werden die Welt nicht mehr verstehen, sie werden staunen, werden sehen. Ich lerne fliegen, statt zu gehen, wie's mir gefällt. Man nehme eine Tasse guter Absicht, ein Löffel Panik frisch gepresst, eine Brise von ich glaub's nicht und ganz sicher kennst du schon den Rest. Ganz knapp vorbei, ganz knapp vorbei. Es war eben knapp daneben, aber doch mit Vollgas. Ganz knapp vorbei, ganz knapp vorbei. Mal so eben voll daneben und das Chaos nebenbei. ganz knapp vorbei, ganz knapp bei Vollgas.